Hallo zusammen, ich lasse mich gerade vom Riedenburger Speedbob nach oben befördern. Man verspricht uns eine Weltneuheit, eine Rodelbahn mit über 60 Stundenkilometern. Ich probiere das Ganze jetzt mal aus für den Donaukurier. Gerade läuft ein bisschen Schlagermusik im Hintergrund, alles ganz gemütlich, die Auffahrt hier. Ich bin aber schon etwas nervös, muss ich sagen. Also das Ding hier neben mir schaut eigentlich eher aus wie eine kleine Achterbahn. Und so wie die Kollegen hier vor mir geschrien haben, fühlt es sich möglicherweise auch an wie eine Achterbahn. Ja, also das sind jetzt hier die letzten Meter des Aufstiegs. Sehr idyllisch, natürlich mit Bäumen und so weiter und so weiter. Jetzt erschließt sich mir hier gleich wahrscheinlich ein Hammerpanorama, genau. Auf das ich aber nur so mittelmäßig Acht geben kann, weil mein Herz rast schon nicht zu knapp. Okay, ich glaube es geht jetzt einfach sofort los und ich probiere es jetzt... Oh, Schande nochmal. Ich probiere es jetzt einfach... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.